Sag mir, was du über die Prüfung weißt und ich werde dir helfen, sie zu bestehen. Ich habe Probleme mit Multiplikation und Division. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist okay. Ich werde es dir erklären und wir werden es zusammen üben. Mach dir keine Sorgen, du wirst das schaffen. Als sie an der Schule ankommen, gibt Lukas seiner Schwester noch einen Abschiedskuss und wünscht ihr viel Glück bei ihrer Prüfung. Viel Glück bei deiner Prüfung, Kleine. Ich bin stolz auf dich. Danke, Lukas. Du bist der beste große Bruder, den ich je hatte. Lukas lächelt und geht zur Uni. Er fühlt sich glücklich und erfüllt, dass er seiner Schwester helfen konnte. Danke, Lukas. Danke, Lukas. Danke, Lukas.